hallo liebe tanzfreunde es ist zeit für ein tanzen im sitzen draußen ist es schön kalt minus fünf grad und das lied heißt itzi bitzi teeny weeny honolulu strand bikini genau die richtige zeit finde ich jetzt für solch eine tanz vor allen dingen kurz vor karneval ja das kriegt ihr noch schnell ein studiert ich habe die ganz schwierigen sachen raus genommen dafür kommen jetzt keine leichten sachen mehr ihr könnt das gerne mal nachmachen macht mal eine hand so ihr kennt das habt ihr schon mal öfter gesehen und jetzt machen wir eine welle einfach nur so das ist nicht schwierig die schwierigen teile kommen später kann ich euch versichern also erst mal die welle 1 2 3 4 5 6 7 8 noch mal 1 2 3 4 5 6 7 8 und jetzt achtung 1 2 3 4 5 6 7 8 so die hände übereinander schichten sollen wir es noch mal machen hände so 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 und dabei zählt im lied 8 9 10 ja was gab es denn da zu sehen ja was gab es denn da zu sehen dann nehmen wir uns ein fernklass einmal an die augen 8 9 10 ja was gibt es denn da zu sehen einmal kling klatsch dann haben wir das ganze vorspiel machen wir noch mal wiederholen wir noch mal 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 und das fernglas ping klatsch und jetzt kommt der eigentliche höhere punkt nämlich der itzi bitzi tinivini nämlich der itzi bitzi tinivini nämlich der itzi bitzi tinivini honnolulu strand bikini ach ist der schön gell ich versichere euch die frauen können das besser als ich und der war schick und der war so der einmal die hände von oben nach unten und das wird direkt wiederholt der itzi bitzi tinivini und der gefiel ganz besonders den herrn ok wollen wir es bis dahin einmal komplett machen dann haben wir nämlich schon den größten teil geschaffen 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 was gab's denn da zu sehen kling klatsch das war der itzi bitzi tinivini honnolulu strand bikini honnolulu strand bikini der gefiel ganz besonders den herrn und dann gibt es eine kleine wiederholung mit dem schichten 1 2 3 und einmal ganz herum in die hüften ja was ist denn schon dabei und dann machen wir so ein zwischenspiel bis das wieder von vorne los geht nämlich 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 und das fernglas und kling klatsch das ist der itzi bitzi tinivini honnolulu strand bikini er war schick und er war so modern der itzi bitzi tinivini honnolulu strand bikini er befiehl ganz besonders denn er 1 2 3 ja was ist denn schon dabei zwischenspiel und dann geht es von vorne los und beim dritten mal kommt dieser rest nicht mehr werdet ihr schon merken dann kommen nur noch diese wellen bis zum schluss und dann können wir klatsch machen und dann ist das zu ende und im nächsten film das verspreche ich euch den wir gleich anschließend drin gibt das ganze mit musik übt schon mal richtig ich freue mich auf euch ich mich Vielen Dank.